Hallo meine Freunde, mein Name ist Emma Berlin und es ist angerichtet, meine Lieben, und wir sind zu Tisch. So ihr Lieben, wir sind heute auf dem B96 Treff, hier soll heute Scholeschein stattfinden, diversen geile Fahrzeuge immer wieder, hier in Berlin-Adlershof, meine Freunde, was soll ich euch nur großartig sagen, ich bin sehr gespannt, was hier abgeht. Wir sind schon vorne am Eingang, es wird noch fett aufgebaut, meine Freunde, los geht's. Sollte 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020